Willi, ich hab grad im Trimax Stream kurz reingeschaut und Trimax war grad in Camp Kade. Ich weiß nicht, ob er dort landet. Die laden auf unserem Haus, Willi! Genau das da oben! Laberlich! Fitney und Willi? Okay, jetzt sind wir auf. Ja, wir wissen jetzt, dass wir da landen. Dann landen wir hier schon mal nicht. Nur Mädchen dürfen in Camp Kade rein. Ja, Mädchen sind in Camp Kade so free aus, die schwitzen. Schreib das mal Camp Kade zusammen chillen. Kommt Camp Kadele eine Runde. Okay, eine Runde. Ja, wir kommen eine Runde. Ja! Lass tanzen und so. Schreibt Nicoletta, wir wollen tanzen. Schreibt ihr das. Wir machen so geile Dance-Moves. Digga, sobald ihr den Dance-Move ansetzt, hat sie eine Kugel zwischen den Kopf von mir. Das Format sieht heute wie folgt aus, meine lieben Freunde. Wir haben sieben Games und das Ganze findet heute statt im Zero-Build-Modus. Panzer sind nicht erlaubt, der Battle-Buzz und Zelte sind auch nicht erlaubt. Jede Eliminierung, die ihr holt, nehmt ihr heute mit zwei Punkten mit. Ich sag vier Eliminierungen. Was natürlich unglaublich nice ist. Wir haben hier insgesamt 50 Duos. Ab Top 25 gibt es schon den allerersten Punkt. Wir haben 25.000 Dollar. Die teilen wir erstmal natürlich im Großen und Ganzen für die Top 5 auf. 10.000 Dollar kriegt der erste Platz. Der zweite kriegt 5.000 Dollar. Der dritte kriegt 3.000 Dollar. Der vierte kriegt 2.000 Dollar. Der fünfte kriegt 1.000 Dollar. Jede Runde, die gewonnen wird, gibt extra nochmal 500 Dollar für das Gewinner-Duo. Wen haben wir noch? Die beiden Aubameyang-Brüder. Chad natürlich jetzt Aubameyang, die Nummer 9. Demnächst bei Barca und sein Bruder. Wie früh ist es gerade? Es ist Zeit, um wins zu holen. Come on, boy. Come on, boy. Zwei Stück. Wer ist das? Zwei Teams. Wir sind auch noch einer. Wir sind contested. Wir sind Gegner, beide. Free Talk? Er fliegt weg, er fliegt weg. Unten sind zwei Teams. Da! Oben auf dem Dach. Wir sind oben auf dem Dach. 26. Cracked. Cracked auf dem Dach. Auf dem Dach ist Cracked gewesen. Hol ich. Ich habe nicht Beats oder so weggekloppt. Komm an das Haus. Können wir schaffen. Ja. Digga, fuck. Ich bin 1 HP. Boah, ich aus. Sieht viel aus. Dann können wir Auto nehmen und dann können wir weiter fiegen. Zone ist ein bisschen fahrt. Vielleicht müssen wir dann gleich durchfahren. Bauen wir einen Autrack. Oh, wer ist das? Ne, Digga. Die müssen wir doch wegklopfen nochmal. Hat das Ding geholt. Da ist noch ein Medkit. Wir sind fein. Und ich habe Raketen. Das ist noch besser. 19. Dead! Guck mal vielleicht für einen Kill. Er ist um die Ecke. Ein Auto ist bei dir. Ja, war's für Grimmies. Ich hätte niemals schauen dürfen. Spiel für dich. Chef Strobel. Das war so dumm. Geh hier unten runter. Da ist ein Busch. Da ist ein Busch. Cool. Digga, ich hätte nicht drauf gehen dürfen. Ein Kill ist uns rundig. Sorry, Bro. Geil, wir haben draus gelernt. Links von dir sind welche? Nö. Einer dead. Mann, Digga. Nein. Oh, die sind durch. Ja, Digga. Die sind durch. Ja! Was passiert hier gerade? Ich guck kurz, wo die anderen gelandet sind. Listen und Flying Uber sind bei uns im Haus gelandet. Auf der Insel. Nick Beats und Dreap. Rechts neben uns. Nicoletta und Azlea. Kommt ihr in unser Haus? Woher? Kommt ihr in unser Haus? Ist das bei Camp Cuddle euer Haus oder was? Ich glaube, ich weiß nicht. Aber dann schießt nicht auf uns. Dürfen wir teamen oder was? Aber dann schießt nicht auf uns, Silvia. Alter, Nicoletta. Versprich jetzt. Dann kommen wir. Die sagen, schieß nicht auf uns. Du kannst dir doch nicht öffentlich zugeben. Was? Das ist Disqualifikation. Und die werden uns sowas von Headshot geben. Wir können einfach chillen. Wir können chillen, sagt sie. Yes! Aber wenn du die Zeit hast, Bibi dann auch zurück folgen vielleicht. Oh mein Gott. Er sagt, wenn du die Zeit hast, Bibi dann auch vielleicht zurück folgen. Oh mein Gott. Eldos Punkt. Oh Gott, wie unangenehm. TTVC. Nee, Digga. Gibi, das wichtigste ist heute. Heute geht es um den Spaß, okay? Halt die Presse, Eldos. Höchstens hier. Höchstens hier. Höchstens hier. Höchstens hier. Einen hab ich gesehen. Auf den auf dem Haus. Zu 100 Prozent. Zu 100 Prozent. Aufwagspur, aufwag. Nicoletta. Höchstens hier. Höchstens hier. Komm, Nicoletta. Komm, Nicoletta. Komm, die mit zur Party. Auf die Angst. Die Party beginnt. Geh mal zu dem Wassersteig da drüben. Da ist der Cowcatcher. Und dann können wir alles abfahren. Mois. Das ist nicht mein... Das ist nicht der Ernst. Nö. Guck erst außen. Nö. Die müssen hier sein. Dein Nächster. Ich bin Craig. Digga, ich vermachte. Hilfe, Willi. Warte. Wenn jemand holen, dann knall ich mich. Sandstress. Eine Deck. Die. Ja. Ja. Der hat's auch holen. Ich hab gesagt, ich war Crack. Ich hab nicht gesagt, ich Party machen, Mann. Ich hab so Crack gesagt, ich dich auch. Ein Auto auf mich, ich verstecke mich jetzt. Wir sind im Haus drin. Kannst du aufkommen? Ich bin oben. Einer ist crack. Sehr weak. Unten. Nicht runter, nicht runter, nicht runter. Hab ihn. Komm und los zu mir, komm. Nice, 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 nice. Lass Fangstelle uns im Auto chillen. Ich fahr hinter zu den Rifts. Ich fahr hinter zu den Rifts. Ich fahr hinter zu den Rifts als Schuffmöglichkeit. Warte, wir können in die Zone Rift und landen auf dem Baum. Aslea schreibt, da hast du gezittert. Ich hab dumm gezittert. Okay, komm. Hier ist ein Auto, hier ist ein Auto. Sollen wir das nehmen? Wo bist denn du? Oh, ich bin Auto jetzt. Hier, hier, hier. Ja, hier. Bleib gelasert, passt. Ich bin in meine Richtung. Alles gut, alles gut. Im Haus sind welche. Guck mal, dass du uns hier im Traverse und stehen bleibst. So, und wir hinten reinsetzen? Setz dich hinten rein. Ich bin dann der Fahrer beim nächsten Step. Schritt für uns. Können wir ihn packen. Können wir raus? Sollen wir rein? Komm. Eins, zwei, drei. Du bist ein hinter, noch ein hinter. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Richte uns. Close. Warte. Es geht, es geht. 2 Minuten. Schwer, schwer, schwer. Schwer, schwer, schwer. Schwer, schwer. Schwer, schwer. Schwer, schwer. Nicht mehr bewegen, nicht mehr bewegen. 3, 2, 1. Setz. Danina. Wider uns wieder. Sehr schön gemacht, Bruder. Sehr schön gemacht. Da oben der Schreieff. Über uns ist aus. Und jetzt, jetzt. Er ist crack, er ist crack. Nice. Nein, bleib. Wir sind gar nicht da. Wir sind gar nicht da. Hinter uns. Guck mal. Hinter uns im Main. Warte mal noch, geh rein. Deine Ecke. Jetzt. Jetzt. Nein, der ist tot. Andere kommt. Nein, ich bin ausgestiegen. Nein! Sorry, Sid. Ich lebe noch. Ich lebe noch, Willi. Nein, schluss nicht. Dann komm ich nicht früher darauf. Aussteigen, aussteigen, aussteigen. Ist gut. Aussteck dich, aussteck dich. Willi. Nein, nein, nach oben. Und Ruhe. Bleib da, bleib da. Genau da. Willi, top 3! Top 3, du bist Macher! Unter dir? Nice. Du bist weiter. Du bist Macher. Willi! Okay, 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 okay. Let's go! Ja! Nein, okay! Let's go! Das ist, was am Tor ging! Oh, geil, Willi. Ganz Willi! Oh, mit hat mich geholt! Oh, mit hat mich geholt, Sidney! Am Ende? Ach, stimmt. Oh mein Gott. Oh, mit hat mich geholt. Nochmal Camp-Karl feiern gehen. Nein, wehe. Der schreibt, ihr habt uns angeschossen. Schieß nicht, Sidney, schieß nicht, dann kommen wir. Wir schießen uns kaputt, hör auf. Lass dich nicht trollen. Der schreibt, ihr habt uns angeschossen, Pareta. Hättet ihr nicht geschossen, aber es stimmt, es stimmt. Ja, es stimmt. Ich wusste nicht, dass ihr das seid. Die schreibt Pareta, sie sagt, ich wusste nicht, dass ihr das seid. Aber es stimmt, er ist nämlich raufgegangen, hat reingeguckt und ist dann runtergegangen, hat gar nicht geschossen am Anfang. Wir haben angefangen. Pinkes Haus treffen einfach. Pinkes Haus. Und wir fangen natürlich ganz unten an. Und da ist jetzt gerade. Standard-Skill und läuft wie auf dem Beut. Nummer 6, Sidney und Willi. Willi gerade schön nochmal einen linken Haken kassiert von Omed. Warte, ich glaube hier ist keiner mehr. Wir haben alle verjagt, Willi. Geil. Ja? Ja, du gehst rein, du gehst rein. Ich bin hinten. Wir sind hier dran. Zwei Stück, zwei Stück. Du sagst, wer schießt. Tricked. Du sagst, wer schießt. Tricked. Zwei. Andere ist One-Shot, One-Shot. Zett. Oh, geil. Zett. 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 Warte, warte, zett. Ich bin nicht da. Wir können nicht anschießen. Hier sind welche, hier sind welche unter mir. Zeit, zum cuz. Nein, wegastic. Zurück, zurück. ramix. Ja. Trimix ist es. schwatter. asc needinga. Zurück, zur dys!」 Rebus holen. Kein guter Schutz. Komm mal hinter dich. Kommst du nicht zum Auto, im- im Busch! Einfach im Busch, Waffe raus, Waffenbereich haben, da sind Gena, da sind Gena drin, gehen einfach rein. Sechster, geil, 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 geil. Sechster Platz, super. Man, was kommen die hochgefahren, die Idioten, Digga, hä? Egal, Top 6 ist in Ordnung, sag ich später. Wir müssen Top 5 sein jetzt. Dritte Runde ist durch, sieben Gruppen werden heute insgesamt gespielt, das heißt, wir sind jetzt gerade bei der Hälfte angekommen und wir fangen wieder unten an. Und die Obermeyang-Bruder auf der Nummer 9. Leuchtet super gut, sind fast verheiratet. Das ist bestimmt auch Snap, ne? Ich hab Snap, ja. Na, kannst du mal reinschreiben, ne? Also, ja. Boah, der Fieber, mein Hälfte ist leer. Moran! Ey, komm, geht noch. Es sind welche, wenn die gelb-rose Haus geht, ist das unsere Einladung. Du erkennst Nicoletta und Ariana Grande, das sieht mir aus nach Ruhe oder so. Oh mein Gott, fast. Hast du ne Waffe? Ja. Wir sind 2 gegen 1. Ich bin oben drauf, aber ich seh ihn nicht mehr. Ich hab ihn. Er ist tot. Achso, ich hab kein Kill bekommen, aber er hat sich selber gekillt, ne? Er hat sich selber genutzt. Ah, was geht. Wer war denn das? Pansverbot. Ja, wird... Panser, Digga. Ne, on me. Ich geh eins hoch. Ich bin eins hochgegangen, Sid. Wo bist du? Ich bin... Wo fang ich. Einer hat 1 HP. Der hat 1 HP in der Enkelsitz. Wannst du, was los? On me. Nice. Dead. F***t euch, Alter. Verf***t euch. Da läuft einer alleine. Ihr könntet von hinten... Nein, 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 ich schieße nicht. Müssen wir gehen. Oh, uns, uns, uns. Schieß, schieß. Schieß. Er schießt nicht. Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Keiner hier. Da wurde die Erde. Er ist dead, er ist dead. Reapers. Der andere ist auch mit. Andere ist auch mit. Künder. Der hat 23, Bro. Der hat 23. Hoch, hoch, hoch. Auch mit. Wir sind runtergefallen. Dead. Nice. Dead, wir können links an da hinten. Ab 1. Daniel, um Gott. Ich glaube, wir müssen mit dead. Ich glaube, wir müssen mit dead. Ja. Wenn du mich noch schnell holst. Wo ist? Wo ist es? Zieht euch. Du schaffst das. Nein, Digga. Danny. Hat, Digga. Fünf Kids. So, Dogshit. Zedney, wo bist du? Zedney, wo bist du? Pain und Kayser. Jetzt. Vierter. Gut, wir beiden unter den Lied. Let's go, let's go, let's go. Ja. Sieben Wunder. Da gehören wir hin. Eins, zwei. Zwei Leute. Die geht aber weg. Die dippen. Die gehen drüber. Digga, was glauben die, was hier ist? Freizeitpark, Digga. Ihr habt hier nichts zu suchen. Euch eifern wir auch noch weg. Habt ihr das verstanden? Chat, wir kennen die Map in- und auswendig. Das sind Lama-Founds. Moni. Eli tot und Rohr tot. Steps geht und muss weiterfahren. Wir brauchen nicht zu nah an Franconi dran. Ja, die sind hier oben. Ja. Hier im Busch, hier im Busch. Die Hinterns müssen kommen. Die Hinterns müssen kommen. Die holen wir. Hier auch. Hier auch. Überall. Okay. Du musst aber sagen, auf welche Weg gehen. Links oben ist einer. Hier links One-Shot, links One-Shot. Schade, Dad. Recht oben. Wo war mir Spiel? Gehen. Mal hier von uns. Gehen in Busch, in Busch, in Busch. Richtig. Ach so, der ist auch wieder weg. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Da, ich habe eine Spiel. Gehen, ich gehe. Gehen, Hilfe erstmal. Dann Busch, dann Busch. Da ist noch ein Stress. Ich glaube, sie wieder von uns. Bet. Nice. Sie sind mit, sie sind mit. Sehr, sehr, sehr. Bet. Nice, Digga. Nice, 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 nice. Das Spray, das Spray. Gleit weg. Mach, mach. Ich hole. Ich hole gleich in den Baum zu gehen. Guck mal, rechts, guck mal rechts. Hier, hier, hier. Da wird Busch. Drei, zwei, eins. Bet. Nice, 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 nice. Da oben ist einer. Guck mal, sieh, guck mal, sieh, gleich, wenn ihr uns entgegenwört. Bet. Oh, oh. Ich bin in den nächsten Busch drin. Oh, mal, da. Oh, mal, da. Oh, im Busch. Nicht zu mir kommen, nicht zu mir kommen. Nicht zu mir holen. Nicht zu mir, nicht zu mir. Am Hügel chillen. Sehr, sehr big, bro. Sehr, sehr big. Guck mal, wenn ich da auf dem Dach auf dem Ding drauf komme. Aber da sind welche auch. Wie, nochmal den Berg runter. Nochmal den Berg runter. Runterrutschen. Noch einmal runterrutschen einfach. Ich hatte bis jetzt keiner auf dem Schirm, bro. Überleb' nur, überleb' nur. Wie hätt' ich das gepackt. Vielleicht kriegst du das nochmal hin, bro. Du bist so fein. Chill. Die sind noch im Gebüsch. Nicht schießen. Boah, nee. Top 14, Top 14. Nur noch Ws. Nur noch Ws. Ich muss. Hielt dich dahinter. Da, drunter. Da, drunter. Ich bin die Kanonen. Auf dem Baum? Auf dem Baum? Auf dem Baum, Sidney? Nee. Nee. Bücken! Ja! Yes! Ich bin der Baum, Milly! Nee! Let's fucking Ws in the chair! Wollte ich mein Splash hin nutzen? Yes, nee! Nein! Ich hab' sechs. Niemals bewegen! Niemals bewegen! Niemals bewegen! Lass die fahren, guck' die Idioten! Ich hab' dir gesagt, wenn die Jetpick nicht auf dem Baum... Weißt du warum? Weil du dir nachts Gedanken über solche richtigen E-Mann warst! Ja, ich bin aber taubgewacht mit dem Gedanken! Die Zone ist wieder bei mir, Dill! Nein, du bist schlau im Leben! Niemals bewegen! Ich will die töten! Ich will die töten! Guck mal, die Idioten! Nein! Will, du rührst den Finger! Hör auf! Hör auf! Wir müssen gucken! Ja, 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 ja! Die Kälte! Willi! 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 Bist du auf mich? Nein! Wir sind Teil des Ganzen! Willi! Willi! Kennst du noch'n Baum? Kennen wir noch'n Baum? Ich krieg'n noch'n Baum! Nein, nimmst du! Geil! Geil! Keil! Geil! Ich konnte nicht oben splashen! Nein! Super! Zwei, vier Kills, Willi! Wir sind zweiter Platz jetzt! Wir sind so smart, Willi! Und hier, nein, drei, nein, zwei! Stopp! Willi! Ah! Let's go! Wir sind punktgleich! Sidney, wir sind punktgleich! Sidney, wir sind punktgleich! Boah! Wir sind punktgleich! Sidney, wir sind punktgleich! Sidney, wir sind punktgleich! Willi! Jetzt aufgerutscht auf die zwei! Gestern wollte ich noch mit ihm wetten, dass die nicht unter die Top 5 kommen! Gott so lange hab' ich das nicht gemacht! Die sind links hier! Und da rechts! Beim... Wo? Ja, beim rosa Haus, glaub' ich! Von wem? Das sind die von da drüben! Ich hab' geschossen! Ich hab' geschossen! Ich hab' geschossen! Sicher spielt! Ich hab' was leer! Ich mach' zu viel! Hab's gemerkt? Gehen die da runter! Da kommt ein Auto! Wir haben unser Auto geklaut! Fuck! Hier ist die vier! Hier ist die vier! Das ist bei mir! Okay! Woah, woah, woah! Komm, komm, komm! Ich mach' sie vier kaputt! Schieß' auf sie vier! Ja, mach! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Und, Wulsi? Wulsi, hast du sie gekillt? Oh! That's my boy! Das ist unsere Party! Wo ging du? Wo, wo, wo? Hinterm Stein! Hinter dem Stein! Hinter dem Stein! Hinter dem Stein! Okay, dann... Jetzt raus! Ich links, du rechts! Hier! 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 Wo bist du Phil? Rechts, aber bei Greasy will ich eigentlich nicht hinlang. Dann lass uns da als letztes fahren! Ja! Fahr weiter, Fahr weiter, Fahr weiter! Ja! Fisch das die Mathe! Die fahren mit Autos hinterher! Da sind welche im Busch, im Busch, im Busch! Hier sind geht am Wasser, im Wasser! Nein! Sicher? Warte! Sit! Jetzt! Fahr, 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 fahr! Fahr weiter! Fahr, fahr! Fahr, fahr! Fahr weiter! Der Sitta! Guck mal! Guck mal wieder dahinten! Sitta! Ich hab gestrayed! Warte, warte! Geht drauf! Im Wasser, im Wasser, im Bruder! Bei mir ist hier einer bei der Hälfte! Ihr Wasser! Ihr Wasser! Geil! 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 Wenn ich einen sehe, dann spreche ich ihn! Achte auf die Gebüsche hier rechts neben uns! Guck mal! Sitta! Hier ist glaub ich im Gebüsch! Sitta im Gebüsch! Nicht zu gierig sein! Bist du oben? Ist mich entzogen! Oh! Guck dir den an! Welcher ist das? Digga! Astro Kianis! Digga! Das ist mein Miche! Mit Leletz geht's ja jetzt! Egal! Wir sind wieder fein! Wir haben 5 Kills! Ich bin in der Zone! Ich bin in der Zone! Und links nehm dir jetzt einen Baum! Auf den kannst du dann! Das ist ein Jam Pack! Leute! Ich hab's geträumt! Ich hab's heute geträumt! Das ist ein Jam Pack! Und in den Gebüsch, sag ich, sind Selfie hier drin! Zone! Guck mal! Hinter dem! Mach ihn weg! Rutsch frei! Mach ihn weg! Mach ihn weg! Mach ihn weg! Mach ihn weg! Mach ihn komplett weg! Nimm den Spielschwarz! Nimm den Spielschwarz! Cool! Nimm das Auto! Fahr weg! Sei frei! Zidney! Cool! Zidney! Supercool! Da kommt einer auf dich zu ran! Fahr mit ihm! Fahr weg! Da ist okay! Top 5! Verstand ich! Digga! Willi noch eine Runde! Wir sind jetzt erst! Ich weiß! Hör auf! So kurz! Denny! Papa Platte! Die Nummer 1! Die Nummer 1! Und Sidney und Willi eventuell mit den allerersten Fortnite-Earnings! Wär natürlich krass! Wär natürlich sehr, sehr krass! Schauen wir auf jeden Fall gleich mal rein! Den zweiten Earning! Willst du ne kurze Side-Wette mal machen? Ob die auf der 1 bleiben, ja oder nein? Okay, ich geh auf meine Jungs! Gegen dich? Ja! Um 20! Aber sofort nichts mit aufschreiben! Sofort 20 gibt's da! Ja Digga! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Der Typ! Der Typ bin ich sauer Digga! Der Typ sagt mir was von nicht aufschreiben! 200 Subs hast du noch bei mir oft! Doloccia Digga! Doloccia! Letztes Mal! Letztes Mal! Das zu dir was wir hier zusammen gehostet haben! Ich geh auf meine Jungs 200 Subs! Lass aufschreiben! Lass aufschreiben! Mach doppelt oder nix Eli! Mach doppelt oder nix! Ich hab gesagt Eli soll doppelt oder nix machen! Er schuldet Amat 200 Subs! Oh oh! Er macht's! Er macht's! Wir spielen jetzt nicht nur für uns, sondern auch für Eli! Wir haben noch mehr Ziel! Wir können das uns hochpushen! Wir können viele Menschen glücklich machen! Einer kommt zu uns! Einer kommt zu uns! Er ist ganz oben! Er hat ne Waffe! ABOUTEN! Habe auch eine! Hab ein! Danny! Danny! Ah! Der Danny! Hab eine Platte! Those sind andere! Sind keine Waffen! von uns über die karte wie kommen die darauf hierher zu kommen wir werden wir werden wir werden wir werden das nicht das nicht ändern das ist scheiß drauf was machen wir jetzt das ist aber richtig ja dann gehe ich jetzt runter ich gehe runter ich bin in der kanone gerade okay okay macht das so wir machen trotzdem unser ding ich bin perfekt in so ein bro du musst kommen ich bin mit jemandem Nein egal, nein. Ich bin egal. Hetz, wir kommen mit schlauem Leben. Das Reapers, ha? Was, wer hat nichts? Stapes, Ami? Oh, f***. Nein! Ich wurde gebohlt, wie eine Lott. Nein! Ich versuch's, Mikki. Du kannst es ruhig machen. Ich hab 13. Tony ist genau bei dir. 3 Stunden? Wie soll ich sonst rotieren, Jack? Wir sind jetzt zu gritt. Das Ding ist Reapers macht jetzt mehr Punkte als vier. Ist es besser als erstes zu gehen oder als letztes? Keine Ahnung. Bleib drin, so lange du kannst. Ich hab noch vier Flopper, ne? Da sind ganz viele Kanonen und sowas, wo du mal rein kannst. Du musst mit denen spielen. Ganz hoch, ganz hoch. Falsch hin, falsch hin. Unten rein, unten rein musst du. Falsch hin. Ist irgendwie nicht ohne rein. Ich bin schädig. Rein, 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 rein. Rein, rein, rein. Nicht? Irgendwie links? Ja, rein. Nein! Nein, da sind weg. Danny! Ne. Digga, da chillen welche. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Kaiser Paini auch down. Hinter oben, Stani und Dings. 400 Subs! 400 Subs, Eli! Das ist ein Bunker. Das ist Reapers. Digga, Omid wird erster. Das ist Reapers. Das ist, das ist, das ist Reapers. Reapers gegen Kaby. Omid wird erster. Leck mich am Arsch. Ach, Digga, egal. Digga, leck meine fetten Heier. Omid hat gewonnen. Leck meine Haier. Omid, Chat. Komplett verloren, der Junge. Aber 1000 Dollar haben sie schon mal safe, safe, safe. Omid hat mehr offizielle Fortnite Earnings als Eli. Digga, Hals, Maul. Und oben sind... Oh mein Gott! Was? Oh mein Gott! Was? Was? Und wieder darauf. Digga, wie kann man so clever sein? Was? Das war der Play zum Gewinn? Wie smart kann man sein? Wir gehen direkt rein unter den Tor, Fölf, Chat und darauf der Normale Uno. Echt Willi? Mit ganz viel Abstand und Elig Ella. Gib mir die 400 Subs jetzt ohne aufschreiben. Erster Platz, Omid und Reapers. Boah, die haben alle einen Win aus der Wehe. Und dann haben wir Sidney und Willi auf der Nummer 2. Und die nehmen hier auch 5000 Dollar mit. Genauso wie Standardskill. Ey, GG. Wir haben 5k. Zweiter Platz hätten wir so mit Kussern unterschrieben im Vorhinein. Willst du mich mitnehmen? Komm vorbei, wenn du mich bremsst. Ich bin jetzt 18. Wenn dich weiß, wie uns nicht raus. Ich bin dein Wingman. Check mit Kaden. Nach uns und was willst du nicht drehen? Mit dem Niggeln kann ich mich einbauen. Oh mein Gott! Ja! Ja! Ja!